Kulm Hotel St. Moritz Kulm Hotel St. Moritz Ein riesiges Haus mit 172 Zimmern und Suiten. Ein Service der Extraklasse. Ein Spa mit Sehblick. Und ein Restaurantangebot, das Star Chefs unloggt und keine Wünsche offen lässt. Das Kulm ist Gold Milieus Hotel des Jahres 2018. Herr Hunkeler, big big congratulations! Es ist ein sehr wichtiges Award. Auch für Ihre Karriere, für Kulm, für die Schweiz. Sie sind auch im Hotel geboren. Impressionen? Feelings? Ja, es ist sehr emotional. Es ist schon wirklich der Oscar, den man in der Schweizer Hotellerie bekommen kann. Es hätten viele andere Hotels im Engadin oder sonst hätten er verdient. Ich würde den Award, die Ehrung von mir im Hotel des Jahres ganz klar meinen Eltern widmen. Sie haben mir dieses Wegen mitgebracht. Ich durfte im Kulm aufwachsen. Ich durfte durch die verschiedenen Stationen in der Welt durcharbeiten. Und jetzt zurück in Engadin. Und den Award, das entgegenzunehmen, ist natürlich eine grosse Ehrung. Herr Taufer, wie ein Kulm ist, wenn ein Kulm ist, wenn ein Kulm ist so prestigious? Herr Taufer, wie ein Kulm ist, wenn ein Kulm ist, wenn ein Kulm ist? Herr Taufer, wie eine Kulm ist. Sehr schön, sehr stolz. Sie fühlen sich gut für Sie und die Leute, die Sie lieben. Das ist das, was ich. Sie müssen wirklich ehrlich sein mit Ihnen. Wenn etwas nicht gut geht, nicht funktioniert, Sie müssen sich ändern. Sie müssen nicht eine große Verkaufnahme. Sie lernen immer das für das Thema. Für mich ist das fantastisch. Ich hoffe, dass die Leute so sind. Wenn nicht, dann ist es okay. Sie müssen sich aufwachsen und fortsetzen. Das ist das Problem für mich. Und der Perugian-Food ist in meiner Seele. Es ist in meinem Leben. Es ist in meinem Land. Ich liebe, alles mit Perugian-Ingredien und so. Grüezi, Herr Asprian. Was halten Sie von so einem Preis in St. Moritz? Ja, das ist eine Auszeichnung für viel Arbeit, für viel Fleiss. Das Resultat ist erfreulich, vor allem für Sie, die so gekrampft haben. Aber sicher auch für Orte wie Samaritz, wenn man solche Aushängen-Schilder hat. Was ist Ihre Impression von St. Moritz und der Kuhm und heute hier in general? Das ist eine lustige Frage, denn das ist meine Zuhause. Das ist dort, wo ich begleite. Es ist immer schön, zurück zu kommen. Ich bin ein großer Ski-Fan, also ich komme hier oft mit meiner Familie. Aber das ist eigentlich die erste Mal, in einem Hotel in St. Moritz. Es ist ziemlich schön. Es ist schön für Heinz, Hünkeler und Jenny, wenn sie diesen Preis gewinnen. Sie verdienen es. Ich bin sehr glücklich für sie. Herr Murray, willkommen. Wir sind hier in St. Moritz. Was sind Ihre Impression von diesem Kuhm, den Samaritz, den Eventen und der Involvement für Bucherer in GoMilio und diesem Eventen? First of all, danke für mich. Es ist fantastisch. Der Kuhm ist ein tolles Hotel. Ich hatte den Freude die letzten zwei Tage hier. Und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich, es ist der Hotel des Jahres 2018. Es ist fantastisch. Es gibt schöne Räume. Es gibt nichts, ich kann noch sagen. Es ist fantastisch. Die Partnerschaft zwischen GoMilio und Karl Laufböfer ist wirklich fantastisch. Es ist all über die Swiss excellence. Also wir mit den Watchen, all handcrafted, handmained. Und dann auch mit der Food, Art. Das ist ein perfektes Match, GoMilio und Karl Laufböfer. Herr Hünkeler, es ist das zweite Mal, dass Sie so oder den gleichen Award bekommen haben. Im 2009, glaube ich, mit dem Kronenhof in Pontresina. Jetzt der zweite hier in St. Moritz. Ist das ein Start oder ein Ziel? Oder wie sehen Sie das? Ja, es ist ganz sicherlich ein Start. Ein Ziel für die Nation. Dass ich sagen kann, da haben wir jetzt alles erreicht. Wir haben noch relativ sehr, sehr viel auf der To-Do-Liste. Wir haben im Winter, den wir uns erwarten, mit dem Tim Rauwe, der ein sensationeller Starrkoch ist, der das Cay übernimmt. Es soll aber nicht irgendein Gourmet-Tempel sein oder die Hemmingsbarriere möchten wir nicht. Es soll ein Restaurant für jedermann sein, der ein Einheim ist, wie auch der St. Moritzer-Gast oder jeder Gast ganz herzlich willkommen ist. Und wir haben Investitionen, die anstehen. Wir haben nächstes Frühling einen der grössten oder den grössten Zimmerumbau bevorsteht, mit dem Pierre-Yves Rochon. Er ist ein Starrarchitekt. Aber auch dort möchte man nicht irgendwie ein verstaubtes Grand Hotel mit viel Plüsch und Dingen erkrieren, sondern es soll das alpine Feeling sein. aus Arfenholz, wo Granit und alles natürlich mit der Rolle spielt. Und von dem her haben wir wirklich noch viel, viel auf der To-Do-Liste. Und es wird uns auch noch weitere viele, wie der Herr Heller, der Mr. Gommio gesagt hat, Nussbubentaten einfallen. Ganz sicher ein ganz innovativer Mann und viel Glück. Hoffentlich noch viel mehr Awards und viel Glück mit der Familie. Noch etwas zu der Familie. Es sieht aus wie ein ganz gutes Team. Ja, also der Award ist, wie gesagt, nicht eine One-Man-Show. Es ist ein ganzes Team. Den Award haben wir nur, weil wir von den richtigen Mitarbeitern umgehen sind, die die Leidenschaft, die Freude in der Hotellerie teilen. Und natürlich eine Frau zur Seite mit unseren drei Kindern, die einen täglich unterstützt. Die Sachen, die ich nicht kann, kann sein oder macht sie. Und von dem her, ohne Jenny wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und von dem her, ohne sie zu jedemウ States zapachen.